Hallo Leute, euer Germit hier, herzlich willkommen zurück bei The Last of Us, euer Sendung, wo es um Zombies und auch Ellie geht. Ihr könnt euch erinnern, die letzte Folge war ja richtig, richtig heftig. Oh, was haben wir hier? Savage Starlight, ist das nicht die Folge, glaube ich, was sie, ihr Heft, glaube ich? Egal. Wir haben uns jetzt ja richtig durchgekämpft durch die Massen hier. Und nun müssen wir, glaube ich, in dieses Hotel rein. Alles klar, Ellie hilft schon tatkräftig mit. Also sie hat sich echt gut entwickelt in den letzten, so in seinen letzten Folgen, muss man fast sagen, hat sie sich echt gut herausgemausert. Also sie hilft mir, beziehungsweise Joel, mit Medipacks und Munition und das ist schon sehr, sehr viel wert, muss ich sagen. Und gerade wo Munition und auch andere wichtige Gegenstände sehr rar sind, ist das sehr, sehr wichtig, dass sie mit ihr doch hilft. Aber gut, gehen wir jetzt da wieder rein. Ich schaue mich mal hier jetzt da in der Gegend um. Vielleicht gibt es da was Interessantes in diesem Gebäude, ich habe ja keine Ahnung. Geht es denn noch weiter? Nein. Komischweise, sie machen immer die Anteutung, oh, da geht es noch weiter, aber dann liegt auf einmal ein Sofa dort oder die Katze von nebenan liegt dort oder sowas in dieser Art. Ah, Pillen, Scheren und ein Zettel. Eine Verstecknotiz. Heute Abend geht es los, wir nehmen den östlichen Kontrollpunkt. Ich habe ein paar Vorräte im Regal Apartment versteckt, sie sind bei einem roten X markiert. Okay, im Apartment mit einem X. Hm, das wird wohl nicht in diesem Café sein, nehme ich einmal an, sondern woanders. Das ist die Frage, kann man hier tauchen? Nee, kann man nicht. Hm, Ellie hat gesagt, wir helfen ihr hier rüber, also muss fast irgendwo so ein Brett wieder liegen. Ja. Oh, 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 oh. Was geht denn hier ab? Hm. Was war das denn gerade? Steig auf, wir gehen durchs Hotel. Hm, okay. Hm, ich würde wundern, wo diese Apartments hier sind. Legt das Brett so hin wie die. Boah. Ellie richtig stark. Da habe ich im Vorhinein schon die Stiege gesehen. Oh, nee, nee. Oh, jei, 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 jei. Glaubst du, die Hunter sind weg? Das werden wir sehen. Alles klar, Ellie, komm runter. Oh. Oh. Oh, das ist denn schon was Tolles. Nein. Nein, das war viel zu teuer. Oh, das war bestimmt schön. Ja, da hat es wahrscheinlich schon ewig keinen Kaffee mehr gegeben. Ach, ich vermisse Kaffee. Wahrscheinlich mit dieser Leiter, die ich hier gefunden habe. Äh, nein, hier gibt's nix. Aber ich glaube, hier nebenan habe ich was gesehen. Ihr könnt euch mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, ob ich etwas verpasst habe, hier, wo wirklich, will, wirklich viele Ressourcen gelingen sind. Ich versuche wirklich auch wirklich alles einzusammeln, aber es ist nicht ganz so einfach. Ellie, mach Platz. So, jetzt doch. Schauen wir mal hier rüber. Oh, ob er hier gehen kann. Okay, schaut ein bisschen unrealistisch aus, aber hat geklappt. Ah, da gibt's nen Safe. Okay. Und das doch mit Wertgegenständen. Und wieder mal Klassik, alles vermöbelt. Jetzt ist die Frage, wo sich dieser Safe befindet. Wahrscheinlich hier rüber. Hier haben wir ihn auch gar nicht durchsucht. Ah, ja, da steht er. Oh, ein Handbuch. Ich glaube, das war's hier, was er gibt. Okay, machen wir etwas Stimmung. Bereit? Zwei Kannibalen essen ein Clown, sagt der eine. Schmeckt komisch. Was sind das? Was ist das? Ein Witzebuch. Witze und Wortspiele Band 2 von Will Livingston. Gehen wir weiter. Wie heißt der Teufel mit Vornamen? Na, pfui. Links, ja. Woran kann man englische Flugzeuge erkennen? Ich weiß nicht, woran. Einfach. Sie fliegen immer links. Oh Gott. Sind die schlecht. Die Leute machen Weltuntergangs- Unsere liebe Ellie. Oh, 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 oh. Runter, runter. Wie viele sind das jetzt? Fünf diese Woche. Kein Grund, sich zu beschweren. Ganz sicher nicht. Was ist das jetzt? Ich muss noch den Flur prüfen, Mann. Ist doch Quatsch. Ihr wollt seit Wochen kein Klicker. Wir sind halt gründlich. Und wir bleiben auch gründlich. Also packen wir es an, ja? Okay. Wie auch immer. Hm. Ich habe auch hier keine Ahnung, wie viele jetzt sind. Aber es werden schon wieder 10, 20 werden es wieder wohl sein. So wie ich das Spiel uns gern hat. Hm, hier draußen ist denn keiner. Ah, dieses... Ah, dieses... Der aktivierte Lauschen, das ist schon sehr, sehr mühselig. Ich habe keine Ahnung, wo hier... Leute sind, außer dafür, wenn ich sie sehe. Ich habe ihn. Oh mein Gott. Hm, hier scheint es aber nicht weiter zu gehen. Je weniger Munition nicht verschwendet, desto besser. War hier denn ja drin? Oh, den haben wir gut gesehen. Oder Joel, besser gesagt. Das hätte ins Auge gehen können. Oh, in der Lade. Ich hoffe, hier geht es hier weiter. Oh, das war wieder knapp. Oh, das war wieder knapp. Ja, ich will es auch. Ja, ich höre es auch. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich weiß nicht, ob wir diesen Pfeil infolgen sollen. Ich weiß nicht, ob wir diesen Pfeil infolgen sollen. Ich weiß nicht, ob wir diesen Pfeil infolgen sollen. Ich weiß nicht, ob wir diesen Pfeil infolgen sollen. Ich weiß nicht, ob wir diesen Pfeil infolgen sollen. Ich weiß nicht, ob wir diesen Pfeil infolgen sollen. Hier haben wir noch einen. Okay. Okay. Ist ganz interessant. Manche gehen auf, manche Kästen, manche nicht. Hier auch zum Beispiel. Ist echt interessant, woran das liegt. Hm. Ist ja grundsätzlich schon interessant, wo ich auch hin muss. Vielleicht hier durch. Oh, schrecklich. Hier runter wäre echt doof. Hm. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Eventuell wieder runter? Nee, das gucke ich nicht. Ah, in der Regel. Sehr schön. Oh, was liegt hier? Ja. Ih. Das war's für heute. Hm. Ich geh einfach mal im Feld ins Nacht. J.D.P. Hier waren wir schon. Und ich werde wieder den Pfeilen folgen, die folgen hier entlang. Hm, und dann nach links. Ich glaube, ich folge einmal von dem Pfeil. Ich glaube, ich werde den Pfeil. Ich glaube, ich werde den Pfeil aufmachen. Hm. Hey, ihr im Aufzug schon... Ah. Warte, lass mich das aufmachen. Oh, das war jetzt echt gut. Ohne, dass uns einer gesehen hat. Mal sehen, wo wir landen. Das wird ganz schön eng, aber... Oh, Ellie, das geht auch leiser. Oh, ob das gut geht. Wenn wir bedenken, dass wir doch schon einige Jahre hier keine Wartung haben. Kein TÜV, wa? Oh, Gott, bitte. Oh Gott, bitte, lass uns da rauf. Okay, los geht's. Okay. Oh. 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 Das kann nicht gut, wa? Joel! Joel! Dir geht's gut! Ja. Alter, dir geht's gar nicht gut. Nein! Du hast mich zu tun erschreckt! Ich komm' auch zu dir! Ja, super. Ich werd's los. Und jetzt geh' ich auf... Klickerjagd im Keller, oder wie? Okay. Wohin jetzt? Oh, verdammt. Gibt's hier irgendwie Vorräte, die vergessen worden sind? Hm, mal schauen. Oh ja, hier eine Schere. Uh, kann ich dann ein Messer machen? Ja, hier im Wasser wahrscheinlich kann ich meinen Rucksack nicht aufkloppen. Hm. Aber wir werden zum Exit gehen müssen. Der war, glaub' ich, hier. Ich glaub' da hinten reicht noch nicht. Wow, 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 wow. Okay. Okay. Entweder könnt ihr extrem lang die Luft anhalten, oder das war's leider mit ihnen. Ah! Das hört sich schon nicht gut an. Hm, haben wir hier noch was? Oh, ja, hier liegt was. Boah, ich würd' mich bis zum Kreuz anmachen. Hm. Vielleicht wieder mit Tauchen? Mal sehen. Nee, hier nicht. Ah, hier. Dann werden wir wieder Luft holen, und dann werden wir da durchtauchen. Oh, das muss man erst mal wissen. Komm, 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 Scholes, nur am Meta. Nichts. Was haben wir hier? Sonnenblummittel können wir leider nicht gebrauchen. Oh Gott. Oh Gott, was ist das? Ratten. Er trinken Ratten nicht. Oh Gott. Oh, hier steht ein Generator. Oh, das... Es gefällt mir aber hier gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Oh, verdammt, mein Herz geht schon wieder. Wie ein Glockenspiel. Von? Oh. Wie ein Glockenspiel. Ah, was ist das denn? Es wird nicht allocation. Okay, hier geht's durch. Oh, nee. Schlüsselkarte benötigt. Ich halte mir lieber meine Schussfrunde bereit. Oh, Gott. Oh, wie heftig ist das? Oh, ich hasse die Dinger. Ja, und ich hasst. Wow, wow, wow. Yeah, come here. Ah, hier ist noch ein... Das funktioniert echt gut. Mann, wo finde ich diese Schlüsselkarte? Ah, hier ist ein Büro. Okay, hier ist versperrt. Ich nehme an, wir werden Strom brauchen, sonst würde das nicht funktionieren. Oh, gut. Ich glaube, wir können uns was Richtiges gefasst machen. Sieh, hier ist die Dinger. Oh, 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 oh. Ah, nee, du. Miese ... Ah, raus, 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 raus. komm 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 oh gott da geht das so gechillt raus und ich habe fast was ein herz alles wieder gut keine absolut keine vorräte so bin ich das nicht schon längst gewohnt man braucht grundsätzlich gar keine türen mehr öffnen denn es liegen ja eh keine sachen hier also immer nur verbesserungen und kann sich so zudröhnen hier haben wir noch eine verbesserung ok los geht es 223 das ist richtig gut ich will ja unbedingt hier den schaden machen aber das funktioniert wieder nicht rückstoß reichweite magazin kapazität vielleicht den rückstoß und das nachlade tempo magazin kapazität nein brauche ich auch nicht ich spare mir die alle auf schlecht ja das ist nicht schlecht aber weiß nicht ob das gut genug ist macht ja mal los doch erwischt gut gemacht gewissen heute nicht du heute nicht ok schwärmt aus hallo kuckuck hier bin ich wieder keine munition das glaube ich grenzt mittelweite echt an ja fast hallo hallo wo das sind viele vielleicht in Hm, hier haben wir noch zwei. Sind die Best Friends, weil sie immer so zusammenlaufen. Wo ist der Typ? Hier war der Typ. Oh, Essenskarte. Oh, besser wie eine Essenskarte. Oh nein, der Ziegelstein ist viel besser. Das macht viel mehr Aua Aua am Kopf. Ja, wo geht es jetzt weiter oder hin? Die hätten echt bessere Schilder aufstehen können. Hm, geht es hier irgendwo weiter? Ah. Da ist er, der Leiter. Oh. Oh. Komm, Joel, lass dir das nicht gefallen. Komm, Joel, ich drück für dich. Komm, Joel. Komm, Joel, atme. Ja. Oh Gott, nein, er reicht die Waffe. Komm, Joel. Ja, du hast schon so viel jetzt gehört. Nein. Oh Gott. Wow, Ellie. Den hab ich hier voll erwischt, hm? Ja, allerdings. Mir ist schlecht. Hm. Oh je, heißes, heißes Klima. Das hat ihr jetzt nicht gefallen. Nein, absolut nicht. Wo ist sie denn jetzt überhaupt? Ah, hier ist sie. Na gut, wird Zeit, dass wir aus diesem schönen Hotel jetzt hier verschwinden. Wir müssen wieder raus. Die Brücke finden. Ich hasse das. Ja, lieber Joe, das hättest du dir eventuell früh überlegen sollen. Du kannst nicht erwarten... Oh, ein Firefly-Anhänger. Dass sie... Wenn sie wirklich dein Leben gerettet hat, dass du so so... Müssen wir nicht sagen. Einfach, dass du so hin nimmst. Das gehört schon gewürdigt, meiner Meinung nach. Und sie hat eigentlich eine Waffe verdient, da so... Allein dieser Schuss war, wow. Ihr kennt mein Aim. Also, ich triff wirklich nicht viel. Uh, ein Trainingsbuch. Nahkampfwaffen modifiziert. Na bitte. Geht doch. Oh, Feriener-Festsaal mit etwas Zucker noch. Wow, unglaublich. Ah, hier um geht's weiter. Vielleicht hab ich damit eine Chance. Vielleicht hab ich damit eine Chance. Okay. Das ist besser, als ich dachte. Hilf mir doch mal. Ganz sicher, dass du mir das zutraust? Ach! Ach! Geh, nehm, nehm! Ach, ich ja! Wir sind fester! Na also... Gehen wir. Die beiden haben echt jetzt was am Laufen. Bevor wir jetzt glaube ich wieder rausgehen Leute, wir machen eine kurze Pause hier mit unserer lieben Freundin Elli wir sehen uns das nächste Mal wenn es wieder heißt Der Last of Us und ich freue mich beim nächsten Mal Euer Gemat Ciao